Habt ihr eigentlich schon gewusst, dass ich komplett verrückt bin? Das wird doch sicherlich ein Easy Win auf Office im Solo-Queue, oder? Gott, ich seh's schon kommen in einer Stunde. Dam, 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 dadadadadada. Downranked. Ich will einfach diese drei Runden. Und wisst ihr, was ich noch will? Ein Sieg. Mit sehr, sehr, sehr viel Glück starten wir bei T. Also wenn's überhaupt losgeht. Vier bis sechs Wochen später. Okay, okay, gut. Oh. Na, la. T, 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 T. Oh. Sing hallelujah. Der eine heißt No Sound. Na, klasse. Die drei Runden, wenn die nicht voll werden. Ich spiele übrigens so mit der Battlestron-Maus. Heute, Leute. Nee. Nee. Bitte seid alle saucool und zuvorkommt. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jungs, ich brauch drei Runden, okay? Ist das möglich? Ich kann mich hier hin. Klatscht einfach direkt ab. Kann ich nix. Hedgehog 1. Alter, zieh dich zurück. Mitte kommt gleich. Bro. Bro. Alter. Okay, gut. Wir haben jetzt Full Buy. Jetzt sollten sie eigentlich weg sein. Das müsste jetzt... Eine von den drei noch geforderten Runden ist am Start. Ich will einfach nur die drei Runden haben und Bonus werden Win. Also, na, also, na, also, Alter. Leute, das Wochenende war bei mir echt so haarig, ne? Ich hab ja wieder nichts hochgeladen, Samstag und Sonntag. Wir waren viel weg und mir ging's irgendwie so... Braucht er einen Drop, ne, ne? Hat er generell keinen Spielstar? Also, er hört ja nichts, oder was? Ist er taub? Äh, ich dachte, ich werd krank. Aber jetzt dann doch nicht. Heute ist es wieder deutlich besser. Dann flash ich gleich hinterher. Jetzt nade ich hinterher. Alter, er legt sie um, ne? Guck mal, er hat nichts verloren am Leben. The fuck? Ich überleg, ob ich mit IOP spielen soll. Ich versuch's mal. Früher in Public of Source hab ich's geliebt, auf Office mit der AWP rumzudümpeln. Ich hab mich immer da an die Kante gestellt. Dann hab's ja gerächelt. Is there another one long? Mage head. Oh, he's there. Der Mage stand halt gerade da in der Tür und ich wusste nicht, ob ich noch wegkomme. Oh, die sind aber richtig stabil, die Jungs. Alter Falter. Die zehn Runden sind voll. Nice. Wenn das hier jetzt ein Win werden wird, wär das natürlich komplett zuckrig. He got one up hit on long. Oh, long cut's coming too. Komm, mate, den hast du auch noch. Ah, die haben sich gemollied, die Dödel. Haben die jetzt hier einen eigenen Rush-Off gehalten mit einer Molly? Weil der Mate, das war nicht der Kerl, ne? Oh, long one. Stabile Brise, mein Vorlein. Alter, ich hab ja richtige Drücke am Start, ne? Ja, komm, klar, time out. Gönn dir. Ich muss auch gerade mal kurz meinen Jäkel ausziehen. In letzter Zeit bleib ich öfter mal mit der rechten, nice, mit der rechten Hand oder dem Arm vielmehr hängen. Am Mausfett unten. Oh, shit, shit. Alter, ich dachte, ich kann von der Seite kommen und er ist als noch nicht da, ne? Nö. Nö. One still mid. To make this AFK. Oh. Confidence. Scheiße, zwei Geiseln. Fuck! Da kommt der Sack von hinten und wer ist jetzt AFK? Yellow oder was? Ne, Orange ist AFK. Hä? Er ist doch wieder da. Jede Runde, die wir hier abgeben, ist echt kritisch bei City. Dann wisst ihr ja. Ne, Office City ist, ist, äh... Okay, man nennt ihn auch NoSound. Er hackt wie, äh, jemand mit Sound. Also ich hab hier keinen Bock, wieder durchzugehen und dann von der Seite zu fressen. Nice. Der ist einfach durchgerannt, ne? Wie so ein Verrückter. Der NoSound hat sich hochgekämpft, der Sack. Er wollte nicht mehr hier unten bei den drei Kills rumstehen. Alter, jetzt rennen wir alle vor, oder was? Jungs, mach bitte nicht so ein... Mach bitte nicht so ein Terz. Oh, shit. Wir haben zu dritt fast gleichzeitig Headshots gefressen eben, ne? Alter, NoSound, rennen wir wieder durch. Long is coming. Green, der ist bei dir. Nur noch einer, ne? Der läuft hinten auf Long rum. Oh, shit. Lol. Nice. Guck mal, hier dieser Sub. Er weint rum, dass er in Face of Devil 10 ist und sagt, das wäre ganz gemein, was hier passiert. Long, at least one. Rett mal durchs Feuer, ihr Dackel. At least two behind. They're coming. Einer weg. Nice. Er ist flashing. Er ist down. Es ist so schön, bei Tieren zu fangen. Klar ist es kacke, dass wir jetzt halt schon drei Runden verloren haben, aber es ist noch machbar, würde ich sagen. Oh, jetzt ist der Mate durchgelaufen bei Long, ne? Oh, was ein Dackel. So, wie wir es auch hatten, als wir auf Low Elo gespielt haben, die Taktiken, die mein Team immer wieder anwendet, wechseln. Mal sind sie wie eine Mauer, mal rennen zwei einfach durch und sind weg. Kommen von hinten oder sonst was. We got the hostage. Ah, shit. Fuck. Er ist immer noch sehr stark mit den Jungs am Hustle, dieser Blau-Boy. Und man merkt, dass seine Leistung abfällt. Soll ich das Reingechatte, ich kann es da jedem empfehlen, Gegner immer muten. Das lenkt nur ab. Safe-Runde muss es jetzt werden. Right side. Another one left. Am besten rusht man hier in der ersten Runde, oder? Alter. Komm, ich geh vor. Alter. Der Killer ist aber auch echt ein dreistes... Oh, alter Killer, du dreistes Gerät, mein Freund. Is long clear? Long one? I think he's low. I think he's last. I think he's last. You can... Okay. Ich hab keine Ahnung, wie der zwischen meinem Maid und mir stehen konnte. Zum Glück wurden wir nicht beide geneifet, Gottes Willen. Ja, und jetzt wird's... Jetzt wird's richtig kratzig. Let's go briefing room, guys. I'm in. You're gonna take the hostage. Ah, shit. It's her briefing room one. Nice. Er hat ihn echt geholt. Do you want SG, Orange? No, 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 no. Okay. No, 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 no. Ich auch nicht. Oh, mate, sorry. Nein, 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 nein. Das war... Das war ein schöner... Schöner Go nach innen, aber leider dann doch. Oh, nice. Komm, jetzt müsst ihr auf Refrag gehen, ihr zwei. Richtig, richtig. Krass auf Refrag. Boah, sie gehen getrennt. Shit. Das ist ja spannender wie alles andere. Boah, jetzt würde ich aber nicht hier rausgehen, wenn ich du wäre. Hier sind Snow. Hat er die nicht gehört? Ah, no sound. Also, die Runde wäre eigentlich geworden gewesen, oder? Man hat die voll gehört. Und er... I get my stand, right? Hä, aber wir haben dann doch ein ganz gutes Momentum, ne? Wir können reinbrechen, es geht. Ein Draw wäre schon richtig krass hier, ne? Connect das down. We got two. Oh, another one. It's close. And long one. Das war jetzt aber echt scheiße. Das war unsere Kaufrunde eben, ne? Oh, nein, er kauft! I think they're gonna push again. Und er ist behind. He's going through. He's right side blue. Right side. I think he's going to take the hostage. Um, stop that. Shit. Ich dachte, bei City kriegen wir das easy geregelt, aber es fehlt ja voll der Fokus. Wenn wir irgendwo durchgebrochen sind, kommt gar keiner richtig mit. Meine Kollegen hätten mit mir laufen können eigentlich. Oder zumindest... Ich bin bei Skunks, man. Oder zumindest... Oder zumindest... Der Deutsche kommt raus. Oder zumindest... Die beiden Tees isolieren. Nice. Ich smoke and then we can go through now. Let's go to the briefing room. Together, guys. Follow me, please. Right side. He's close. By the way, I'm from Germany. Ja, das hört man. Hört man das bei mir auch. So krass, wenn ich call. Wahrscheinlich, ja, ne? Ich höre es nur selbst nicht raus. No, he's still here. I'm waiting. He's down. Another one down. I'm low HP. Nice. Sehr intensiver als jedes andere Matchmaking. Okay. He's down. Nice flash. Sehr, sehr schönes Ding. Okay, jetzt kommen die Calls auch noch von den Kollegen. Sie riechen den Sieg. Oder zumindest den Draw. Bitte. Nice. Nice. Freut mich gerade richtig, dass wir das... Ich denke, das gewinnen wir. Die werden aufgeben. Hoffe ich doch. Jetzt sofort. Gebt auf. Ich habe ihn gekillt. I think you can't hear us. Komm, die müssen zusammen gehen. Letzte Runde. Nein. Nice. Alter, wir haben einen Win. Eins pack ich zusammen. Hello. I never wish.